Hallo Leute, ich wollte euch gerade dieses Video sagen. Dieses Jahr bis zum 10.4. werden keine Videos mehr kommen. Damit ist es best auf, was ihr gerade kurz im Hintergrund seht. Hier ein paar Auschnitte. Ich werde jetzt pausieren für diesen Zweck. Werdet ihr denn am 10.4. sehen und dann wird eine neue Ära beginnen. Heute wird mein Kanal vier Jahre alt sein. Ich werde etwas an meine Kanalstruktur ändern und ich muss dafür einiges planen. Da ich auch noch weniger Zeit habe als bevor. Ich meine es ist halt, dass die Videos, die ich eigentlich immer so circa eine Woche vorher aufgeben kann. Immer einen Tag vorher aufgeben kann. Und ja, ich hoffe, ihr nimmst mich nicht ganz so übel. Ihr boostert den Nimmels.